Hallöchen Bumböchen, wir haben heute hier mal ein Paket, wie ihr es unschwein erkennen könnt. Ja, kleine Fanpost, würde ich mal sagen. Kleine Fanpost, kleine Fanpost. Ja, dann sieht sie jetzt hier schon drängelt, mach einfach auf. Ja, sie drängelt hier schon die ganze Zeit, sie wird das unbedingt auch machen. Entschuldigung für etwas für ein Gewackele. Oh, was ist das denn alles hier? Du hast eine Nachricht auf... Was ist denn das? Das ist schon eine Tapete. Moin Dennis. Moin Dennis, hier sind ein paar Sachen für dich und deine Familie. Komm, komm, ein bisschen schütten, sonst kann ich das nicht lesen. Ist ja auf jeden Fall schon mal sehr geil. Deine Familie und eure Muffelis. 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 Ich hoffe, du, ihr... Sorry, ich muss das hier mal ein bisschen... Ja, sie hat immer noch Probleme mit ihren Augen, hat sie nicht wundern. Ich hoffe, du, ihr freut euch drüber. Ich freue mich... Was? Ich freu mich drüber, wenn wir... Ich freu mich drüber. Ich freu mich drüber, wenn wir Kontakt... In Kontakt bleiben. Ganz liebe Grüße, Oerschen. PS. Nicht wundern, ich hatte kein Papier mehr. Auf jeden Fall sehe ich hier schon eine Kleinigkeit. Da ist der Opel-Zeichner. Ja, aber ich... Opel-Zeichner, was ist das hier? Schlüsselanhänger. Hä? Nein, das sieht aus wie so eine Pistol. Ach, eine Handgranate. Ja, Handgranate. Eine Handgranate. Ich habe vorhin schon gegrübelt. Was ist denn das? Geil. Oh, guck mal, in pink. Jetzt ich. Zeig mal, zeig doch mal an die Kamera. Na, hier runter. Guck mal, die schöne Krabber. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja geil. Alles Gute noch mal nachträglich zum Geburtstag, Yvonne. Für einen guten Durst, die Sektchen sind deine. Deine extra unterstrichen. Das gehört, das sind meine. Schöne Schrift. Ganz liebe Grüße, Oerschen. Das ist eine bessere Schrift als du. Ja, wann habe ich denn mal zuletzt was mit der Hand geschrieben? Stehen setzen, ne, nicht deine. Oh, süß. Der Aufkleber, den finde ich geil. Da muss ich gleich wieder einen Kumpel schicken hier. Das stelle ich mir auf meinen Nachttisch. Ernsthaft. Eine Zeitung zum Durchlesen, bitte. So, eine Zeitung hier. Zum Durchlesen? Ja, zum Durchlesen. Hier, wenn einer was lesen möchte. Das ist uneingepackt. Oh, ist aber schwer. Ja, 10W40 für den Opel. Techno Motor. 10W40. Das macht die Mama. Ja. Wieso ist das so eingepackt? Weil das alles eingepackt ist. Hanna. Das hat ich vorhin schon mal in der Hand gehabt. Mit den Kindern. Ja, du kriegst eins. Sagst du Danke? Danke. Danke. Das andere Kind, das ist gerade gleich beschäftigt. Gleich beschäftigt mit Trinken. Die hat sich irgendwie voran. Den ganzen Tag schon. Genau. Was ist das denn? Oh, Luna. Luna, komm mal hier. Ja, komm mal her. Guck mal, wir hier. Ja, Feinsfressi. Und weg. Mit Feinsfressi. Ey, schmeißt du das einfach drunter. Das hebt du auch wieder auf, Frau Lein. Okay, also sie frisst es. Sie frisst es, sehr schön. Was ist das? Zeig mal. Wenn wir keine Produktwerbung machen. Das ist ein Lieblings-Snack. Biskuits Selection Mix. Für mit Rindlachs, Spinat, Gefüge und Käse. Oh, ist ganz was Feines. Ja, sie genießt es auch. Echt? Ja. Ist ganz langsam. Sehr schön. Ich muss das hier mal anziehen. Was haben wir denn da noch alles drin? Ihr könnt ja gerne, wenn du mal Bock habt, dann könnt ihr ja gerne mal was in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu sagt. Ich bin mäßig. Das ist ein Ölfilter. Wollte ich kurz sehen. Hab ich gerade gelesen. Könnte das ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob sowas vielleicht doch, dass man kommen soll. Ich bin kein Öl. Hä? Also ist auch zugeklebt, weil es noch neu ist. Ich bin gerade zu doof dafür. Mach den Karton nicht kaputt. Ja, ich versuch's ja. Das war der alte dann nämlich rein. Hab ich nämlich dann. Feiernägel macht wirklich. Ah, ah. Kriegst trotzdem nicht auf. Du möchtest es aufhaben jetzt so. Sie ist fachsend mit trinken. Warte, ich mach dir das schnell auf. Guck's drauf. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Da, dein Ölfilter. Dankeschön, danke schön. Ja, das ist ein Ölfilter, das ist normalerweise noch schwerer. Ich muss da rein, ich will weitergucken. Warte, ich bin nochmal gesperrt. Auf jeden Fall ist hier noch was. Das machen wir gleich. Wir packen das Herz aus. Ah, da schnüffelt sich. Und das geben wir noch eins. Schmeiß, schmeiß mal eins da hin. Luna. Sitz. Je fein ist ein bisschen. Je fein. Je fein. Luna. Hier. Ne, lass doch uns wieder in Ruhe essen. Ja, wieder in den Kürbchen. Projekt Cars. Ein PS4-Spiel. Ich spiel's zuerst. Das kannst du vergessen. Da muss ich was von. Ich spiel zuerst. Nein, 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 nein. Die Hunde, das ist für dich so viel. Das ist auf jeden Fall was Alkoholisches. Was ist das denn? Kurana extra. Oh, weißt du von was das ist? Nee. Fast in the Furious, das Bier, was die immer saufen. So, cool. Das ist ja mal geil. Komm her. Extra. Ich werbe, klopp. Da ist sogar noch eins. Ja, wahrscheinlich. Ist sogar gekühlt, guck. Alles gekühlt, ob wir mal unter. Das ist ja mal mega geil. Das ist meins. Dann vergisst du es. Die alkoholischen Getränisse sind für mich, hat er gesagt. Die Sekte. Ist mir egal, das sind Sekte. Nee, ist es nicht, das ist Bier. Sag ich jetzt mal so. Was für einen Unterschied wissen soll. Das ist für dich. Rot, gelb jetzt. Das ist für dich. Prost und trocken. Als wenn er es wüsste. Gute Wahl getroffen. Der Kenner, sag ich mal dazu. Als wenn er es wüsste. Auf jeden Fall, jetzt schon mal örschen Dankeschön. Also ich gebe mir heute definitiv die Kante. Ich wüsste, ich wüsste immer. So, hier ist das Spielzeug. Was ist das? Noch eine Flasche. Oh, halbtrocken. Schmeckt auch. Guck mal, sie sucht schon wieder hier. Halbtrocken und trocken. Soll ich mir preis geben? Ja. Sie hört, da siehst du die Ohren. Was ist das denn? Ja, 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 ja. Oh, Glück ist das. Jetzt wird das mal zur Seite. Ich will nicht gerade bestanden. Teil 1 und Teil 2 draus machen. Und noch eins. Geil, ich kann mir heute die Kante geben. Mango. Zeig doch mal. Mango. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Das kenne ich noch gar nicht. Ich auch nicht. Was ist denn das? Das ist ja cool. Wahrscheinlich so wieder verschließen, oder? Das muss ich noch einmal austesten. Ich gebe mir halt sowas von die Kante. Noch eine Flasche. Das ist Salz dann. Oh, noch eins sinkt. Halbtrocken. Jetzt fahre ich das mal zusammen. Ich habe nur eine Hand frei. Gib mir das. Noch einfach unten draufstecken. Da. Ich bin gerade so hüppelig dafür. Sag, Künchen. Guck mal, noch ein Gäste. Oh, das ist alles für mich. Ich kann mir heute die Kante geben. Ist da noch alles? Sag, mach was. Oh, so schwer. Das sind die Boxen. Das ist für mich. Aha. Bum, 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 bum. Ich bin weg dran. Passen die überhaupt rein? Wo willst du denn die reinmachen? Ja, wenn die nicht in die Tür reinpassen, dann machst du die hinten in die Ablage. Das ist aber schwer. Ja, das hat nun mal so eine Box. Das ist alles einzig. Das Paket hat insgesamt zwölf Kilo gehabt. Das stimmt noch eine. Ja. Und hat halt die hier noch. Ja, das wollte ich doch. Oh nein, Gott ey. Nein, die sind aber für hinten drauf, oder? Nein, die sind für die Türen weg. Hier, weil hier musst du dann gucken, musst du dann drehen. Diese Nase ist dann halt in der Türpappe, äh, in der Türaussparung dann drin. Mit Hochtönern. Uppel. Uppel? Wieso hat der Scooter markiert? Weiß ich nicht. Die sind für den Scooter, die nehme ich für meinen Scooter. Für was denn für einen Scooter? Du hast gar keinen Scooter mehr. Ist mir egal. Ja. Ich habe auch Dings, Hobi. Für zwei, ja. Kannst du vergessen, du hast nicht mal einen. Für meinen Vierer-Golf dann. Was denn für einen Vierer-Golf? Egal, irgendeinen Vierer-Golf, den ich mir dann hole. Du, dir. Ja, ich. Kannst du vergessen, das ist für mich. Du hast die Sekte. Ich kann nur als Unik- Wie viele Fleisch gesunden das. Leg doch mal hier rein und schmeiß das Zeug nicht wieder hier so rum. Habe ich doch reingelegt. Ne, er ist reingeschmissen. Eins, zwei, vier, fünf. Das sieht man doch nicht. Eins. Da hat's Licht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich kann mir die Kante geben. Sechs. Hallo. Ja. Sechs. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank an dich. Ne? Und die sind für mich. Ne. Die Sekte sind für dich. Das sind meine beiden. Nein, du kannst ja, du eins, ich eins. Das wird dir nicht schmecken, denke ich mal. Auf jeden Fall ist das Schweineteuer. Das Zeug. Auf jeden Fall ein fettes Dankeschön an dich. Für diese ganzen wunderschönen Sachen. Grüße gegen den Haars und Arschen. Ja. Äh, Arschen. Papa Finger weg. Guck mal. Papa Finger weg. Guck mal. Oder? Ne, warte mal. Geht das auch hier? Ne, geht nicht hier. Na doch. Mach mal. Rolle. 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 Hat Hanna ihr Papier dahin geschmissen? Das ist eine Frechheit. So, nochmal Dankeschön an dich. Äh, meine Bulle. Danke. Bittes Danke. Danke.